Genau, so sind wir endlich. Griechenland. Wir sind das Mallorca von Griechenland, nämlich Kreta. Kikeriki, Kikeriki! Wo ist der Hahn? Da, Kreta. Lacher. Leute, 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 Führerschein auf der Riksa gemacht, oder was? Ja, wo war ich? Griechenland. Im Prinzip kann man über Griechenland sagen, es ist wie die Türkei. Nur mit weniger Üs. Hier, Gülle, Gülle dort und Gyros, Gyros. Dazu noch schön, Kanisterweise, Uso und Tzatziki. Und dann schlingt es am Ende des Tages wieder Erni an den Axel. Na, Griechenland hat das gewisse etwas. Doch. Man muss ja doch nur Athen angucken. Gebäudemäßig auch. Schlimmer als Dresden 45, aber die scheiß Touris rennt trotzdem. Die werden füllen sich gerade im Schatten hin und machen ihre Scheiß-Vorundos. Aber ohne mich. Wir sind hier wieder schön. Unser Rode gern, sag ich mal. Aber dennoch, was ich immer sage, in den größten Ruinen warten die wertvollsten Schätze. Und eure Scheiß-Karte bin ich. Ihr schönen Berndos Stromberghaus. Also Kinder, jammer's und bis bald, euer Papadopoulos.